Zunächst haben Sie sich eingeschaltet. Vielen Dank. Wieder einmal erwartet Sie ein Festival der guten Laune. Heute hat unser Kanzler Gerd Schröder eine bewegende Rede gehalten im Deutschen Bundestag. Er hat um Verständnis geworben für den Einsatz deutscher Soldaten im Zusammenhang mit der uneingeschränkten Solidarität unserer amerikanischen Freunde. Und es gab einige Abweichler. Und Joschka Fischer hat mit den grünen Abweichlern gesprochen und gesagt, wenn ihr nicht dafür seid, trete ich zurück. Und Minister Schiele soll den Abweichlern sogar gedroht haben, eigenhändig bei ihnen biometrische Merkmale zu verändern. Aber es sieht so aus, als ob das alles durchgeht. Rudolf Scharping hat den Abgeordneten gesagt, jetzt nicht wackeln. Haben Sie gehört? Er weiß, wie wichtig das ist, denn wenn man wackelt, werden die Fotos in bunte und scharfe. Jetzt nicht wackeln. Und ich finde allerdings, der Bundeswehreinsatz passt eigentlich gut zu grüner Verkehrspolitik, oder? Denn wenn unsere Soldaten woanders sind, wird Bahnfahren auch ein Stück weit attraktiver. Er gefällt mir sehr gut. Der ist nicht jedermanns Sache. Das habe ich gemerkt heute Mittag, als ich ihn gelesen habe. Aber er ist sehr gut. Er ist sehr gut. Denn wenn die Jungs vorne sind, wird Bahnfahren doch am Wochenende ein Stück weit attraktiver. Tschechien. Kennen alle Tschechien? Ja, sind Gäste aus Tschechien hier heute Abend? Nein. Tschechien hat bereits 300 Soldaten im Einsatz aus Nordböhmen. Und viele ältere Zuschauer werden jetzt sagen, hör mal, Soldaten aus Nordböhmen in den Einsatz, muss das nicht der Deutsche Bundestag entscheiden? Bitte. Schauen Sie doch mal genauer nach. Da hat sich doch einiges geändert. Diese tschechischen Soldaten waren schon in Kuwait. Und sie sind spezialisiert auf A-, Bä- und Zerwaffen. Ich meine, der ist ja auch okay. Obwohl ja Dolibasto aus Ungarn kommt. Verstehen Sie? Aber für die Pointe, die er einigermaßen doch gezündet hat, war das nicht schlecht. A-, Bä- und Zerwaffen. Oder haben Sie gar nicht an Dolibasto dabei gedacht? Sie nicht? Nein. Woran haben Sie gedacht? Ich habe wohl dabei gedacht. Sie. Und Ihr Gatte? Ist es Ihr Sohn? Heute begann in Köln welche große Messe? Die Solariums-Fachmesse Solaria. Große Fachmesse für Sonnenbank. War sehr enttäuscht, weil ich dachte, Wolfgang Joop wäre gestern meinetwegen hier gewesen. Sonnenbank heißt im Osten wie? Fensterbrett. Und wie heißt es in Köln? Tuckentoaster. Helmut Zellert and Electric Ladyland. Studiopublikum fantastisch heute Abend, meine Damen und Herren. Kann ich Ihnen sagen, man hat das ja als Künstler im Gefühl, mal ist das Publikum ruhiger, mal ist es lärmiger. Aber heute, hast du gemerkt, wie ich Sie gekriegt habe? Absolut. Mit diesem Knaller-Gag. Wenn die Soldaten woanders sind, wird Bahnfahrt ein Stück weit attraktiver. Wir sind Freunde geworden in diesen ersten Minuten, oder? Oder täusche ich mich? Heute Abend, meine Damen und Herren, können Sie sich glücklich schätzen, dass Sie Karten haben, denn heute Abend ist ein großer Seinesfachs in unserer Branche bei uns zu Gast, der nach neun Jahren demnächst wieder auf Tournee geht. Alles natürlich schon ausverkauft. Es gibt noch, glaube ich, zwei Karten in Wilhelmshaven und in Emden. 30 Städte auf Tournee ausverkauft. Bei uns heute Abend, H.P. Kerkeling. H.P. Kerkeling. Und ein Film von ihm ist im Kino gestartet, den er nur produziert hat. Er spielt nicht mit, er führt auch nicht Regier, aber er hat das produziert. Alles wegen Paul. Und der Film spielt in Indien. Ja. Er hat das letzte Mal schon erzählt. Dauernd kamen Anrufe, schickt mehr Geld und so. Aber jetzt ist der Film im Kino. H.P. Kerkeling. Heute Abend bei uns zu Gast. Heute am St. Martins-Tag. Und mit großem, großem, großem Erfolg wurde hier vor zwei Tagen unsere neue Reihe gestartet. The Closest Stuff. Sie werden sich erinnern, wir haben Marie-Louise Nikuta, die große Lady, die First Lady des Kölner Karnevals zu Hause besucht. Ein Riesenerfolg, dieser Beitrag. Und das hat uns bestärkt in der Haltung, die ich einnehmen musste, die ich gegen das Team zum Teil durchkämpfen musste, mehr Kölnische Elemente in unserer Show. Ich liebe Köln. Köln ist meine zweite Heimat geworden, eigentlich meine eigentliche Heimat mittlerweile. Und ich möchte, dass Sie zu Hause mehr von dieser faszinierenden, pulsierenden, toleranten, modernen und trotzdem bodenständig gebliebenen Stadt erfahren. So viel wie möglich. Und deswegen wird Herr Manuel Andrack heute Abend singen. Nämlich In der Reihe The Closest Stuff mit Musik. Denn Weihnachten steht vor der Tür. Heißt das nicht so, ob Gölsch? Stort vor der Tür? Es steht vor der Ports. Ports ist die Tür? Ports ist die Tür. Das sagen wir nicht Stort? Nee, Stort sagt man nicht. Wieso? Man sagt ja, Jodefründe stunden zusammen. Ja, aber das ist doch dann anders gebeugt. Plural. Das heißt ja auch Ich-Han-Do-Hes-Hä-Het-Mir-Han und so. Also das ist ja... That is Gölsch. That is Gölbe am Ring. Der Heilige Sintemätis. Heißt das so? Der Heilige Sintemätis. Der Heilige Sintemätis. Der Heilige Sintemätis. Ein wirklich, ein Lied, das in Köln jedes Kindergartenkind kennt, volkstümlich, zu Herzen gehend. Herr Andrack, bitte. Okay. Also man geht dabei, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie von Haus zu Haus und will Kamelle haben, also Bonbons. Ja? Ja. Die Kinder wollen also Süßigkeiten. Ja. Ist das dieser Spruch, Süßes, sonst gibt es Saures? Nee, das ist ja Halloween. Ach, das ist Halloween. Ja. Das hat nichts mit Köln zu tun, das wurde uns von unseren amerikanischen Freunden aufgezwungen. Absolut. Halloween, nicht unser Fall. Nein. Wir haben gesagt, Halloween nicht mit uns, aber St. Martin. Genau. Heute mit Laterne. Mit Laterne. Klingt. Schlägt man dann Ding Dong, ja. Und dann wird gesungen. Ja. Und dann wird vor ne jodemann. Hey, auf de Kinder kätzes und storf se selber an. Putz, putz, weder putz dat vor ne jodemann. Hier wohnt ein reicher Mann, der uns was geben kann. Viel soll er geben. Lange soll er leben. Selig soll er sterben. Das himmelreich erwerben. Das himmelreich erwerben. Lass uns nicht so lange stehen. Denn wir müssen weiter gehen. Weiter gehen. Was heißt putz, 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 wieder putz, dat vor ne jodemann. Was heißt putz, putz, putz? Keine Ahnung. Also eigentlich heißt putz Hose, aber in dem Zusammenhang ist es einfach nur so wie Schubidubidu. Aha. Schubidubidu ob Kölsch. Genau. Putz, putz, wieder putz. Wohne jodemann. Wohne jodemann. Hier wohnt ein reicher Mann. Schön. Ja, ne? Ja, das folgst du mich. Und wir könnten auch bald Weihnachten ob Kölsch machen. Ja, aber das... In der Reihe The Kölscher Stuff. Wir besuchen noch weitere Kölscher Originale im Rahmen dieser neuen beliebten Reihe The Kölscher Stuff. Aber bei Marie-Louise Nikuta war es ein großer, sehr, sehr erfolgreicher Anfang. Stimmung, Pep, Herz oder Hetz. Sagt der Kölner Hetz? Dat Hetz. Ja, dat Hetz. Dat Hetz noch lange nicht gegeben, dass... Unser Mitarbeiter Dr. Udo Bröme geht in seiner Freizeit in Museen. Er liebt die Kultur. Und er war im Filmmuseum in Berlin. War das das Filmmuseum? Ja. Und da hat er eine Ausstellung gesehen, nämlich die großen Erfolge der deutschen Filmgeschichte. Sie wissen, unser Freund Bulli. Auf dem Weg zu 10 Millionen Zuschauer der Schuh des Manitou. 9,5 Millionen Zuschauer mittlerweile. Der erfolgreichste Film in Deutschland. Allerdings seit diese Zahlen gemessen werden. Das ist seit 1980 der Fall. Und wir haben uns gesagt, es müsste doch mal interessant sein für Sie. Und das ist im Grunde wieder so eine Sache, wie wir neulich gemacht haben. Das ist nicht notwendigerweise komisch oder lustig. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass Sie subjektiv die Empfindung haben. Das ist durchaus heiter. Das regt mich zu einem Schmunzeln an. Denn wir zeigen Ihnen die großen deutschen Filme. Die erfolgreichsten Filme des Jahres in Ost und West. Seit Kriegsende. Bis zum Jahr 2000. Wir haben die Plakate hier. Und ich sage es nochmal. Auch für Sie heute Abend. Wir sind Freunde geworden zu Beginn der Sendung. Das ist jetzt nicht, sagen wir mal, ein Schenkelklopfer im Sinn, wie wenn die Soldaten woanders wären, wird Bahnfahren sicherer. Aber es ist durchaus möglich, dass auf einer zweiten Ebene es als subjektiv humorvoll und lustig empfunden wird. Zum Beispiel der erfolgreichste Film, damals gab es ja noch die DDR, 1950 in der DDR und in der Bundesrepublik war welcher? Das müsste jetzt, das war Nachtwache. Welcher war denn da jetzt DDR und welcher war wir? West ist immer links und Ost ist, ja, rechts, klar. Die Nachtwache. Also ich sage es nochmal. Nicht notwendigerweise komisch, im Sinn von Brüllermäßig lustig, aber auf eine gewisse unterschwellig charmante Weise doch vielleicht zum Schmunzeln anregen. Vielleicht. Das hängt natürlich davon ab, wie Sie das empfinden. Ich habe hier die Unterlagen zu den jeweiligen Filmen, denn man möchte ja doch ein bisschen was über diesen Film wissen. Genau. Der erste religiöse deutsche Film, die Nachtwache, mit René Deltgen, mit Käthe Haag, mit Luise Ullrich und eine musikalische Familien- und Liebeskomödie im Osten, der Kahn der fröhlichen Leute, mit Petra Peters, mit Fritz Wagner, Paul Esser, Joachim Brennecke und Alfred Mark, in der Regie von Hans Heinrich, damals, 50er, 1950, da hatte man ja nichts. Genau. War das noch die Zeit, wo man Kohlen, Briketts ins Kino mitbringen musste? Na, das war eh Ende der 40er, oder? Ja, aber ich meine, die Ende der 40er ging ja eigentlich nahtlos in die 50er über. Da kamen ja viele noch mit Briketts ins Kino und da hieß, Moment, wir haben die 50er. Man wurde eigentlich in den 50ern als Old Fashioned entlarvt, wenn man mit Briketts vor dem Kino stand. Warum sagst du eigentlich Briketts und nicht Briketts? Wir haben Briketts gesagt, das ist, glaube ich, Schwäbisch. Achso. Heißt es Brikett? Brikett. 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 Wir haben Briketts gesagt. Sag ich Briketts oder Briketts? Du sagst Brikett. Ja, ich sage auch BH und nicht BH. Das ist Schwäbisch. Briketts. Wir hatten einen Bekannten, der hat die Briketts in Zeitungspapier eingewickelt. Und hat sie dann im Keller geschichtet, wenn er nach, nochmal runterging abends, um nachzulegen, damit er sich die Finger nicht schwarz gemacht hat. Und hat die mit so kleinen Schwänzchen eingedreht. Brikett. Heißt das Briketts oder Brikett? Brikett. 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 Brikett und Briketts. Brikett. Das hat auch mal Dr. Wedel gesagt. Das habe ich mal gelesen. Übrigens, jetzt kommt ja bald dieser neue, tolle Semmeling-Mehrteiler von Dr. Wedel. Und beim Schattenmann, glaube ich, kam Mario Adolf zum Dreh. Und Dr. Wedel flippte aus und sagte, wieso hat Mario Adolf ein Brikett am Kopf? Und das war die Frisur. Da war so viel Gel dran, dass er sagte, wieso hat Mario Adolf ein Brikett am Kopf? Und dieser Bekannte von uns, der hat die eingewickelt und Schwänzchen dran. Und die Schwänzchen mussten nach vorne zeigen. Und seine Frau hat es falsch rum eingepackt, da hat er es wieder ausgewickelt. Brikett. Nochmal eingepackt, korrekt gemacht, reingelegt. Es ist kalt, ich lege ein Brikett auf, Keller runter. Gar nicht dumm. Du fasst es ein, Zeitungspapier, hast nicht diese russigen Hände. Brikett. Brik, Brik, Brikett. Brikett, Brikett. Oh, 1951, das ist ein Film. Das ist jetzt eigentlich schon mein Jahrzehnt. 1957 geboren. Schwarzwaldmädel. Schau mal an. Mit Sonja Ziemann und Rudolf Prack. Und das muss man sagen, Sonja Ziemann und Rudolf Prack, Sie meine verehrten älteren Damen und Herren, das war ja eigentlich damals das Paar wie heute, gibt eigentlich so ein Liebespaar gar nicht mehr. Bleibt treu potente. Nein, nein, das war sozusagen das ganz große Liebespaar der 50er, Sonja Ziemann und Rudolf Prack. Und hinten siehst du noch Paul Hörbiger, wie er so schmunzelnd, er hat immer so geschmunzelt, Paul Hörbiger. Also natürlich nur, wenn es zur Rolle gepasst hat. Aber Rudolf Prack mit dabei. Und da passt es eigentlich, wenn ich es so mache. Damals in Schwarzwaldmädel. Erster bundesrepublikanischer Heimatfilm und erste Farbfilmproduktion nach dem Krieg. Effektvolle Ausstellung, einem großen Publikumserfolg. Da schau her. Da passt dieser Ton, wo man so ins Träumen gerät hat. Das war das Schwarzwaldmädel. Und ich habe mich gefragt, als ich das heute Mittag in der Vorbereitung gelesen habe, ob dieses Lied Mädle aus dem Schwarzen Wald aus dieser Operette kommt. Kennen Sie das? Mädle aus dem Schwarzen Wald, die sind nicht leicht zu haben. Wenn nur ein Schwabe hat die Gabe, tralalalala. Kennst du es nicht? Nein, kenne ich nicht. Aber mit Briketts um dich werfen. Ja. Ist das der erste Film, den wir vorgestellt haben? Nein, wir hatten schon einen, oder? Nein, wir hatten 50 und jetzt haben wir 51. Die Nachtwache und Schwarzwaldmädel. Und Untertan in dem Osten ist ja auch bekannt. Hm? Was? Wo ist denn 50? Ist mir da drunter gerutscht. Ich will nicht durcheinander kommen, weißt du? Nachtwache und Kahn der fröhlichen Leute. Das habe ich ja schon. Arthur Maria Rabenald. Ne, das war in 49. Wo habe ich denn jetzt 50? Hier. Der Kahn der fröhlichen Leute. Das habe ich doch gesagt. Regie Hans Heinrich. Ja, genau. Ich war gestern im Kino. Ah ja. Wo? Frag mich, in welchem Film? Harald, in welchem Film warst du? Die Klavierspielerin. Auch ein Heimatfilm, kann man sagen. Also für Menschen ohne Heimat, emotional. Sensationeller Film. Und weißt du was? Im Nebenkino lief Amelie. Immer noch. Ja. Und da muss ich jetzt mal was sagen. Deutsche Frauen, die zu zweit ins Kino geht. Was ich auch nicht mehr im Kino haben möchte, ja, ist, dass ihr laut reagiert, wenn euch die Reaktion einer Figur im Film nicht passt. Das macht dich wahnsinnig. Ich habe auch festgestellt, ich gehe nur noch im Sommer ins Kino, weil jetzt geht die Schalzeit wieder los. Du sitzt drin, ja, dann kommt so ein neues Pärchen rein. Zehn Minuten nach Filmbeginn und sie hat diesen 7 Meter Schal um den Hals. Und jetzt geht wieder die Zeit los, wo das abgewickelt wird. Ja, im Stehen natürlich. Er selber hat einen Rucksack, da guckt so ein Tennisschläger raus und so. Und dann sitzen so zweier Frauen Pärchen da drin. Und in diesem Film wird Isabelle Huppert von ihrer Mutter, Anni Girardot, also sie muss noch bei der Mutter im Bett schlafen, obwohl sie schon 50 ist oder so. Und sie wird schlecht behandelt. Und wenn die Mutter sagt, du bist schon wieder drei Stunden zu spät, dann machen diese Frauen, boah. Das ist die Filmfigur und wir wissen, dass das nicht mehr üblich ist. Spart euch diese Reaktionen. Du hast den Film noch nicht gesehen? Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Das ist ein Film, das sollst du mal reingehen. Also mehr ein Frauenfilm. Nein, das kann man nicht sagen. Es geht um Klavierspielerin, Geschlechter, nein, ich weiß nicht. Und Isabelle Huppert, das ist unglaublich. Das ist ja dieses Tolle bei Isabelle Huppert, dass sie scheinbar nichts macht. Verstehst du? Immer diese Großaufnahmen im Gesicht. Sie sitzt nur da und hört zu. Spür ein bisschen Klavier, Helmut. Und sie hört einfach nur zu. Mein Gesicht will man jetzt nicht so lange sehen. Aber du machst das super. Aber bei Isabelle Huppert, sie macht nichts. Sie macht nichts. Und dann muss sie ihrer Mutter vortäuschen, dass sie ihre Tage hat und ritzt sich das Genital auf in der Badewanne. Kann man das sehen oder wird es einfach rot? Es ist sehr gut gemacht. Du siehst sie an der Badewanne sitzen, aber du siehst sie natürlich nicht. Wir sind ja nicht bei ProSieben, wo Großaufnahmen dann noch gemacht werden. Und da ging ein Mann raus. Echt? Der kam erst rein, als sie in der Kabine saß und an den Spermatüchern von den Männern gerochen hat, die vorher drin waren. Ja, das klingt jetzt verklemmter. Amelie würde das mal gut tun. Es ist nicht so voyeuristisch, wie ich schildere, weil es kommt aus der Figur. Und es ist eine geniale Szene drin. Da geht Isabelle Huppert durch so ein Einkaufszentrum und wird angerempelt. Und erst Sekunden später macht sie... Aber da liegt eine ganze Zeit dazwischen. Es ist kein Schnitt dazwischen. Nichts, nichts, dauernd ist es Schnitt-Gegenschnitt. Das ist jetzt Filmfachsprache. Wissen Sie, was Schnitt-Gegenschnitt ist? Können wir das mal zeigen, Kurti? Mit Herrn Andrag und mir Schnitt-Gegenschnitt? Ja, das ist Schnitt-Gegenschnitt. Das macht dann doch wahnsinnig, oder? In diesen deutschen Filmen dauernd immer der Rede kriegt ins Bild, oder? Der Einzige, der im Film nicht gezeigt wird, wäre eine Rede des Job, habe ich gestern festgestellt. Naja, meinst du mal schon? Nein, nein, schon mal schon. So, keine Hektik. Jetzt kommt der Film am Brunnen vor dem Tore. Das war der beste Film 1953. Und der kleine Muck. Der kleine Muck im Osten. Nach dem Märchen von Wilhelm Hauf. Und welches Jahr soll man jetzt mal zeigen? Hier, Gefreiter Asch, Joachim Fuchsberger. Das ist ein toller Film, 0815. Welches Jahr war das? Auch 54. Mit Blackie Fuchsberger. Und in der DDR der erfolgreichste Film, Ernst Thälmann. Sohn seiner Klasse. Wer war Ernst Thälmann? So ein Kommunist. 57, das ist schön. In dem Jahr, in dem ich geboren wurde, war im Westen die Trab-Familie und im Osten vergessen wir meine Traudel nicht. Mit der Mutter von Nina Hagen. Ja, Eva-Maria Hagen. Ein Traum. Und Ruth Läuwerig, die immer gespielt hat, wenn Sonja Thiemann nicht konnte. Hans Holt und Josef Meinrath, der unvergessene Josef Meinrath. Das war 57. Haben Sie ein Jahr, was Sie mal gerne wissen möchten? 71. 71. Moment, das haben wir gleich. Ja. Ist das Natasja Skinski? Nein. Nein. Schulmädchenreporter, erfolgreichste Film. Und im Osten, Oskeola. Wir haben irgendwann einen Indianer-Film nach dem anderen gedreht. Ja, immer mit Gojko Mitic. Genau. Der jetzt in Bad Segeberg spielt. Ja. Ja. Winnetou? Ja, Winnetou, klar. Gojko Mitic. Im Jahr davor war Hurra, die Schule brennt Nummer eins. Mit Peter Alexander. Und im Osten unterwegs zu Lenin. Das sind eigentlich Filme, die sich gegenseitig bedingen. Oder? Als die Schule brannte, gingen wir zu Lenin. Ich habe hier einen Film vorhin gesehen, den ich unbedingt zeigen wollte, aber jetzt finde ich es nicht mehr. Gott schützt die Lieben der 1974. Ulzana, Os, der unbesiegte Häuptling. Auch schon wieder mit Gojan. Gojko Mitic. Gojko Mitic. Hier, 76, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das war damals ein Film, da sind wir reingegangen. Guck mal, mit Angela Winkler. Und Hostess im Osten. Worum geht es denn da? Probleme der Partnerschaftsbeziehung in einem Gegenwartsfilm. Interessante Thematik in Inszenierung und Aussage eher unbefriedigend. Sieht man die auch noch irgendwo? Diesen Film? Hostess? Nö. Jetzt zeigen wir mal 78. Hitler. Eine Karriere nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Joachim Fest und sieben Sommersprossen. Was war denn das für ein Film? Dramaturgisch zwar etwas holpriger, doch atmosphärisch stimmiger von ungezwungenen Darstellern getragener Film, der die Probleme Jugendlicher einfühlsam und glaubhaft darstellt. Regie Hermann Czoche. Nie gehört. Hermann Czoche, 1980, schon wieder erfolgreich. Und nächstes Jahr am Ballaton. Ah, jetzt habe ich dich. Was ist der Ballaton? Ein See. Ja, und wie heißt der auf Deutsch? Ähm, äh, Plattensee? Oh, das hast du jetzt gehört. Nein, habe ich nicht gehört. Der Plattensee. Ja, der Plattensee in Ungarn. Und Theo gegen den Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen. Hast du den gesehen? Super Film, ja. Ja? Ich habe den leider nie gesehen. Echt nicht? Nee. Oh, der ist gut. Der soll toll sein. Ja, der ist super. Ich weiß auch nicht, wieso ich den versäumt habe. Nie gesehen. Tja. Dann, 82, das Boot. Und Sonjas Rapport. Enttäuschende Verfilmung eines vielgelesenen Umrans, der sich um Authentizität bemüht, aber weitgehend spannungs- und emotionslos bleibt. Sagt sich so leicht. Das ist aber so schnell dahingesagt. Eben. Das könnten auch Leute heute von der Show sagen. Ja, das ist ein Urteil, was man so plappert, ohne zu denken, wie weh das tut für die Menschen. Im nächsten Jahr. Ja, genau. Buch zu diesem Film Thomas Gottschalk und Mike Krüger. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen in die Jetzt-Zeit. Otto, der Film, 85. Das war der erfolgreichste Film, bevor Bulli kam. Ja, genau. 10 Millionen Zuschauer. 9? 8? 8,8. 8,8. Ja. Und dann 86 Männer. Jo. Sollte man auch nicht denken. Ist auch schon wieder 14 Jahre her. Da sind aber echt alle reingerannt. Da sind alle reingerannt. Ich auch. Ach, den hast du auch gesehen. Den hab ich gesehen. Der war toll. Super war der. Der war spitze. Dann 87, schon wieder Otto. Der neue Film. Mhm. Auch erfolgreichster. Und in der DDR. Regie Franz Antl. Der den Film gemacht hat, wo wir neulich gesehen haben. Mit den zwei Zwillingspaaren. Johann Strauß, König ohne Krone. Dann 88, Oedipussi. Mhm. 89, schon wieder Otto. Und Götz George, ein Film. Otto Sander und Ralf Hoppe. DEFA-Film. In der DDR gedreht. Ja. Und dann kam die Einheit. Und dann wurde es eigentlich filmisch immer mehr Werner. Was kam dann? Ödipussi. Nee, Papa an Deportas. Wieder Otto. Das Geist. Hast du den gesehen? Ja. Oh, 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 oh. Nicht gut? Ja, ziemlich langweilig. Echt? Mhm. Da wär's doch toll. Mein Schauspieler. 94 und 95, der gleiche. 96. 96, Werner. Wieder Werner. Knocking on Heaven's Door und der bewegte Mann. Ja, genau. Comedian Harmonist. Hast du gesehen? Ja. Gut, ne? Äh, ja. Nein, war nicht gut. Wieso war nicht gut? Ja, weil der langweilig war. Ja, das ist alles mit dabei. Ben Becker und Heino Ferch. Ja, eben. Dann? Auch mal Werner. Dreimal Werner in einem Jahrzehnt. Ganz genau. Und dann? Dann, äh, Anatomie. Anatomie. Wieso haben wir das nicht ganz? Weiß ich auch nicht. Wer ist das da hinten? Was meinst du mit hinten? Äh, Holger Speckhahn. Ist er bei Viva? Äh, das jetzt, nee, nö, nö. Ich, äh, das, glaub ich, nirgendwo mehr, oder? Nein, er ist, glaub ich, bei seit 1. Nein, da war der. Weggekauft? Ja, weggekauft, bestimmt. Ich hab das Gefühl, ich hab jetzt gar nicht alle Filme gemacht, oder? Nee. Haben welche weggelassen? Ja, in den 60ern. Äh, mal gucken. Nächstes Jahr. Also hier natürlich die ganzen erfolgreichen Indianerfilme, ne? Also Schatz in der See. Winnetou? Nee, genau. Ist ja unglaublich. Winnetou erster Teil, also Schatz in der See, dann die Winnetou zweiter Teil. Also das waren so die ganzen erfolgreichen Filme in den 60ern. Mein Geburtsdatum zum Beispiel, 65, das war voll die Winnetou-Zeit. Und Dr. Metier Pretorius. Oh, von Kurt Götz mit Heinz Rühmann. Ja. Der war auch mal noch erfolgreichster Film mit der Hauptmann von Köpenick. Ja, genau. Und Lilo Pulver. Ja. War eine schöne Zeit im Kino, muss man sagen. Damals. Oh, und 67 war ein ganz scharfer Streifen, bester Film. Angélique. Oh, Angélique. Das ist, glaube ich, ziemlich frivol gewesen, dieser Film, aus damaliger Sicht. Tchigaczkuk, das war auch Gojko Mitović. Absolut. Heißt du so? Ja. Gojko Mityć. Gojko Mityć. Gojko Mityć. Der war eigentlich der Pierre Brice des Ostens. Ja. Er war im Grunde besser als Pierre Brice. Interessant ist, dass er vorher im Schatz der Silbersee und Winnetou, also in den ganzen Westdeutschen, von Filmen auch schon mitgespielt hat. Da war immer der böse Comanche und der zweite hinter Pierre Brice. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und hat immer die Hauptrollen in den DDR-Western gespielt. Aber er war wesentlich besser als Pierre Brice. Kennst du denn die ganzen Ossi-Filme? Nein, ich meine schauspielerisch. Ach so. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Pierre Brice hat ja eigentlich schauspielerisch nichts drauf, oder? Nee, überhaupt nichts. Also ich meine, er ist eine Legende als Winnetou. Er ist der beste Winnetou aller Zeiten, aber er ist nur Winnetou. Egal, was er sonst übt. Während gefilmt wird. Ja. Es ist wirklich immer Winnetou. Er ist, das ist wie Jack Nicholson in Chinatown. Es wird nie mehr einen besseren Winnetou geben. Aber er ist kein Schauspieler. Egal, wo er sonst noch überall rumstand und deutschen Text probiert hat. Immer Winnetou. Aber er ist ein toller Mann als Winnetou. Ja, genau. Und ein wunderbarer Mensch. Ja. Aber kein Schauspieler. So. Dann warten wir auf das Fax vom Anwalt. Ich glaube übrigens, dass Pierre Brice und Marie-Louise Nikuta ein und dieselbe Person sind. Nur mit runtergelassenen Haaren. Könnt ihr mir vorstellen. Wir werden es jetzt sehen an den Briefköpfen vom Anwalt. So. Mein Gast heute Abend ist ein grandioser Kollege. Einer der Großen unseres Berufs. Herzlich Willkommen. H.P. Kerkeling. Guten Morgen, H.P. Dankeschön. Morgen. Danke sehr. Ja, ich habe ja schon gesagt, Fernsehpreis grandios gemacht zusammen mit Anke Engelke. Gab es hinterher viel Lob von Kollegen schon, oder? Es gab eine Menge Lob. Es hat auch ordentlich Spaß gemacht mit Anke. Wir haben dann uns schön gemeinsam hochgeschaukelt. Ja. Und das war wirklich toll. Ich meine, so dieses Publikum, dass er immer so sagt, wacht mal und so zum Lachen zu kriegen, das ist schon mit das Schwerste. Du weißt es selber, da sitzen 1500 Profis, jeder weiß es besser und jede Pointe will wohl überlegt sein, aber es hat ja dann doch einigermaßen geklappt. Und so im Fall von Nina Ruge, wo du so den einen oder anderen liebevollen Scherz gemacht hast, gibt es da auch abweisende Reaktionen oder wie? Nein. Ja, Nina ist ja noch gut weggekommen. Ich meine, wir haben ja die peinlichen Stellen rausgeschnitten. Was Sie hinterher auf dem Fernseher gesehen haben, war zwar peinlich, was im Saal passierte, aber noch peinlicher. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe hier eine wirklich winzig kleine Rechenaufgabe gestellt, die wirklich jeder, ich sag mal, Idiot hätte lösen können. Und nein, so das, also ich meine, ihr habt ja eh schon eine Klage am Heiß, da müsst ihr auch so aufkommen in dem Fall. Und ich habe ihr dann dreimal dieselbe Rechenaufgabe gestellt und es kam dann immer ein Öh. Und ich wollte eigentlich, dass sie mit einem Mordsapplaus rausgeht, ging sie dann auch, den haben wir drunter geschnitten. Ja, diese Möglichkeit gibt es dann bei der Nachbarkeit. Das hatten wir ja auch im Fernsehen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und Tourneestadt in Wilhelmshafen. Ja. Abergläubisch oder fängst du einfach strikt nach Geografie im Norden an? Du, ich bin sowas von abergläubisch, vor neun Jahren meine erste Tournee. Toi, 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 klopf auf Holz, klopf überall hin. Also, die hat begonnen in Wilhelmshafen, war sehr erfolgreich und deshalb jetzt wieder Wilhelmshafen. Ausverkauft? Die Halle ist eigentlich schon, ist schon ziemlich voll. Die Halle ist eine schöne Halle in Wilhelmshafen? Ist eine sehr schöne Halle. Lässt sich gut bespielen, hat eine schöne Akustik, der Hausmeister ist sehr freundlich, ist ja auch immer wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig. Ja, natürlich, man kommt als Künstler, wann ist man da an der Halle? 16 Uhr, 16.30? Ne, 19.30 bin ich da, geht die Veranstaltung los. Nein, ich bin auch um 16 Uhr da. Soundcheck, hast du viel Technik und so weiter? Ja, ich hab riesen Aufwand, ich hab einen Techniker und einen Lichtmenschen. Ja, und Handmikro oder Anstecker, oder hast du auch wie jetzt die jungen Kollegen, kann man ja mittlerweile sagen, diese Head-Sets da? Nein, ich hab es nicht. Ich bin zum alten Schlager, ich brauch mein Handmikro, ich komm mit diesen Dinger, genau. Wieder alter Heinschen, mit Kabel dran und es muss kompliziert sein. Kommt Heiligkabel auch? Den konnte ich mir nicht hingehen lassen. Oh, oh, oh. Songs? Ach, Songs, ja, Songs hab ich natürlich auch drin. Es wird gesungen? Es wird natürlich gesungen. Ich weiß zwar, dass ich nicht singen kann, aber ich singe gerne. Doch, du kannst sehr, sehr gut singen, komm. Ne, jetzt untertei mich. Ne, du kannst wirklich gut singen. Jetzt ist die Halle ja eh schon voll, die Leute werden die Karten ja nicht mehr zurückgeben, in dem Fall. Ich singe, ja. Ich singe Perlen, Perlen vom Grand Prix, vergessene Lieder. Ich weiß nicht, ob hier Grand Prix-Fans sitzen, einer sitzt da, sonst irgendjemand noch Grand Prix-Liebhaber? Keiner. Da treffe ich ja eine Marktlücke in dem Fall. Also ich werde auf jeden Fall Grand Prix-Lieder singen. Weißt du zum Beispiel, lieber Harald, wer 1978 den 25. Platz belegt hat beim Grand Prix in Den Haag und nur zwei Punkte bekam aus Marokko? Das muss auf jeden Fall eine Nummer von Ralf Siegel gewesen sein. Nein, das war eine finnische Nummer von dem finnischen Ralf Siegel, der sie geschrieben hat. Es klingt wie Ralf Siegel. Und dieses Lied werde ich dann dort zum Besten geben. Kannst du so einen kleinen Ein... Ja, vielleicht versteht man es auch. Vielleicht kannst du mir helfen, Helmut. Wenn ich irgendwie, wenn ich so mache, vielleicht irgendwie einen Bass-Drum-Schlag. Okay. Ja, wie das Lied heißt, sage ich nicht. Das erschließt sich ja aus dem Song. Hm, 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 hm. Wie wie ein Pjörte ist ein Naustau-Lei-Ti-Na-Pi-Pi-Nen. Ein bisschen schneller. Naustau-Rei-Tali-Lei-Ti-Da-Koch-Tam-A-Po-Po-Nen. Naustau-Rei-Tali-Loch-Ti-A-Vai-Wa-N-I-S-Ti-A-K-I-La-Roch-Ti. Ich-Doch-Di-A-Va-N-I-S-Ti-A-Va-N-I-S-Ti-K-I-La-Lach-Ti-La-Po-M-Po-M. Ich-Doch-Di-K-I-La-Lach-Ti-A-He-He-He-He-He-He-He. Es geht noch zwei Minuten dreißig. Es geht noch sogar noch. Ich-Doch-Di-Lay-La-H-Ti-La-Po-M-Po-M. Ich-Doch-Di-K-I-La-Lach-Ti-A-He-He-He-He-He-He-He. Boom, boom. Das ist zum Beispiel ein Lied, was ich bringen muss. Vor der Pause. Kommt vor der Pause. Das war wirklich, finde ich. Das war wirklich, finde ich. Erstaunlich. Das ist richtig. Gibt es auch so eine kleine Reminiscenz an früherer Zeit? So einen kleinen Honeyline-Blog oder so? Oder gar nicht mehr? Zwei Sekunden Honeyline kommt und Siegfried Schwebli ist natürlich wieder dabei. Ja, natürlich. Und dann geht es also runter, Wilhelmshaven, Emden, Papenburg auch? Papenburg, Kloppenburg, Vechter, Lingen, Goslar, ich weiß nicht, überall die ganze Ecke. Wunderbar. Schöne Hallen auch. Ja, es sind schöne Hallen. Die Städte investieren da viel Geld in ihre Hallen, das muss man wirklich sagen. Aber nicht so viel in die Hausmeister, sollte man auch dazu sagen. Ja, und die Zufahrten sind teilweise nicht einfach zu finden. Diese großen, schweren, grünen Eisendoppeltore, wo man dann steht und so, oder wenn man an die Rampe ranfährt. Man hat ja, unsere Einzelne hat ja keinen Lkw, wenn man mal unterwegs ist. Viele Kollegen haben ja ein Bühnenbild, weil sie weggehen vom reinen Nummernkabarett und komplette Stücke spielen. Aber du hast, ziehst du dich um auf der Bühne? Also irgendwie so, die Rücke auf oder so, das schon. Ja, ich habe einen Garderobenständer und zwei Jacken. Doch, dem Medienzeitalter. Also schon ein riesen Aufwand. Nein, das ist schon ein bisschen mehr. Und kann es sein, dass es dann im Herbst eine Verlängerung gibt, wenn es gut läuft? Es läuft gut. Definitiv, wir werden im Herbst auf jeden Fall Mai irgendwann Nordrhein-Westfalen und dann quer durch die Republik. Ja, da freuen wir uns sehr. Ja, denn du bist ja doch eigentlich ein Bühnenmensch, im Grunde, oder? Im Grunde meines Herzens schon, aber ich habe schon dolle Albträume. Nach neun Jahren wieder auf die Bühne. Vorgestern habe ich geträumt, ich müsste im Vatikan auftreten. Unglaubliche Sachen, die man da träumt. Wirklich? Ja, wo ich zu meinem Manager gesagt habe, spinnst du beim Papst? Das ist doch größenwahnsinnig. Ja. Ich bin dann aber aufgetreten, das war ein Erfolg im Traum. Ja, speziell für den Papst? Für den Papst bin ich aufgetreten, das war ein Mordsauftritt. Habe ich auch dieses finnische Lied gesungen. Wurde mich aber. Wirst du auch fürs Fernsehen aufzeichnen, ja schon, ne? Ja, erstmal spielen. Ja, das ist ja dieser Trick, man muss es ja lange genug in den Sälen nur spielen, damit die Leute hinkommen. Wenn es im Fernsehen gelaufen ist, dann... So, soll ja paar Jahre gehen, ne? Natürlich, man will ja doch nicht alle fünf Jahre neues Programm schreiben, oder? Ne. Nun zu deinem Film, den du produziert hast. Alles wegen Paul, ja. Ein Roadmovie, eine Komödie und läuft jetzt irgendwie in 18 Städten in den nächsten Wochen an. Ist das ein sogenannte Independent Film? Ist Independent Film, ist mit wenig Geld produziert. Die Bild schrieb so schön, ein billiger Film, aber schön. Das ist doch eine gute Kritik. Ja. Fand ich. Nee, also das ist knapp und ja, nichts Negatives. Nö. Dieser Film wurde über weite Strecken in Indien gedreht oder komplett in Indien gedreht? Komplett in Indien gedreht. Es gab natürlich auch den einen oder anderen Ausfall. Ich habe in mehreren Interviews gesagt, dafür muss ich mich entschuldigen, dass der Kameramann Brechtdurchfall hatte. Das hatte er nicht. Er hatte einen Kreislaufkollab, damit das auch richtig gestellt ist. Also es gab schon den einen oder anderen Ausfall. Ja. Warst du vor Ort in Indien? Bin ich verrückt? Nö, nö. Das hatte ich dir ja schon mal erzählt. Ich habe immer die Anrufe gekriegt. Ja. Was da ist, zusammenhalten. Ja. Und dann rief dann immer so unser freundlicher indischer Co-Produzent an und sagte, Mr. Kreckeling, where is the money? Come on, send money. Dollars is everything is expensive and people want to eat, want to sleep. Und dann habe ich da wieder die Dollars rüber geschickt und dann haben wir dolle Quittungen gekriegt, die das Finanzamt gar nicht anerkennt. Ganz wunderbar, jetzt muss ich mir einen vereidigten Dolmetscher nehmen für jede indische Currywurst, damit er drückübersetzt wird. Es ist ein Wahnsinn. Das gibt es ja nicht. Aber der Film ist schön geworden, es hat sich gelohnt. Wir zeigen mal einen Ausschnitt und zwar ganz kurz, Max von Thun spielt einen Menschen, der in Indien lebt. Max von Thun spielt eine der Hauptrollen, Janet Rauch, Uwe Rode, also gute Schauspieler. Und er hat seine Schwester nach Indien gelockt, unter dem Vorwand, er sei verschollen. Richtig. Aber, dürfen wir das verraten, was er wirklich macht? Nein, das dürfen wir nicht verraten, das ist doch die Schlusspointe. Das ist die Schlusspointe. Ich hoffe, dass es jetzt nicht im Ausschnitt zu sehen ist. Das will ich aber auch schwer hoffen, sonst brauchen Sie gar nicht mehr ins Kino zu gehen. Sollte es im Ausschnitt zu sehen sein, stoppen wir sofort den Ausschnitt. Dann halten wir die Masse. Und ich zeige nochmal einen Film von 1973. Alles wegen Paul, bitte.